Hallo meine Freunde, ihr könnt's wieder mit dem Video von der Box, ihr könnt's wieder mit dem Video, meine Freunde, Kontra K spendet für arme Kinder in Afrika, man, Kontra K ist Spick, man, dass du das tust, man, aber lass dich nicht verarschen, man, du spendest doch an die wirklichen, man, und nicht an diese Organisation, man, die stecken sich immer alles ein, ihr kennt's doch, spendet jetzt für Afrika in Kinder, für Kinder in Afrika, und am Ende wird das irgendwie an irgendwelche Producent Firmen gespendet, ihr wisst doch, Zeig mal, was ich mein, oder so ein Boss hat's selber mal gemacht, ihr habt für sein unendliches Vermögen 2000 Euro gespendet, die sind da schon irgendwie Millionär aufs Konto gewandert, also Kontra, pass auf, wo du hinspendest, aber Respekt für die Tat, man, und ich soll zum nächsten Thema, man, Nimo, der Irren, man, 365i, ihr wisst doch Bescheid, man, Spende für Obdachlose in Frankfurt wie Chile und Abdi, man, Respekt an dich, Nimo, man, du kommst auch aus dem Nichts, man, und du hast Respekt gegeben, man, also ich will dir das ja auch Respekt geben, Junge, okay, meine Freunde, das war's für ein Video von mir, zum Boss, meine Freunde, aber nur leid, ich vergesse, meine Freunde, oder die Hater, ihr wisst doch Bescheid, man, und eine kleine Message zum Abschied, meine Freunde, Spendet auch eine Obdachlose, Hilft den Leuten, man, sie haben sich verdient, okay, meine Freunde, das war's für ein Video von nur leid, zum Boss, aber nur leid, ich vergesse, meine Freunde, und tschau, man, und tschau.